Große Andeutung, ist Molly Mehagü's auf der Welt? Hat das Kind von Molly Mehagü, 23, etwa schon das Licht der Welt erblickt? Die Influencerin erwartet mit ihrem Partner Tommy Furi ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Ende Oktober gab die reelle DTV-Bekanntheit bereits einen kleinen Hinweis, dass der Entbindungstermin ihrer Tochter vermutlich im Dezember oder kurz nach dem Jahreswechsel sein wird. Doch nun scheint sie anzudeuten, dass das Baby bereits da ist. In ihrer Instagram-Story teilte die 23-Jährige ein kurzes Video des werdenden Vaters, in welchem er drei Weihnachtsstrümpfe am Kamin platzierte. Die einstige Uka Löff Island-Kandidatin fügte dem Post den Song Ocean Eyes von Billie Eilish, 21, hinzu. Mit den drei aufgehangenen Söckchen könnte Molly laut einigen Fans bereits auf ihren Familienzuwachs anspielen. Nur wenige Tage zuvor veröffentlichte die werdende Mama einen Schnappschuss von sich auf Instagram, auf dem sie ihre langen Nägel gegen etwas kürzere austauschte. Auch dieser Beitrag könnte darauf hindeuten, dass sie nur noch wenige Augenblicke von der Geburt entfernt ist.